Musik Halte die UI Fernbedienung lagerecht. Diese Attraktion dreht sich um Kapitän Olimars Abenteuer. Olimar ist auf einem fremden Sternschiff brüchig geworden und muss der Wildnis entfliehen. Glücklicherweise stehen ihm kleine neugierige Wesen zur Seite, die Pikmin. Zusammen müssen sie sich bis zu Olimars Raumschiff vorkämpfen. Du wirst in der Rolle von Kapitän Olimar spielen. Und du spielst eines der Pikmin. Dann, will ich noch kurz die Steuerung erklären. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun, stelle ich euch eure Widersacherin vor, das Böse in Person Darf ich vorstellen, meine Kollegin und meine dunkle Seite, die finstere Monita Hahaha, wie mit frei für mich Ich bin euer schlimmster Feind, euer größter Albtraum Und ich werde euch einheizen, zittert vor mir Wir sehen uns bald wieder, alles Gute kommt von oben Dies ist ein Tropfen Nektar Sammle so viele wie möglich, um stärker zu werden Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person Wenn ein Pikmin stärker wird, wächst es zu einem Knospen-Pikmin heran Wenn ein Pikmin stärker wird, wächst es zu einem Knospen-Pikmin heran Univars Pigmin sind zu einem Knospen-Pikmin herangewachsen Du kannst jetzt noch mehr Pikmin-Befehle geben Außerdem sind ihre Angriffe viel stärker geworden Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person Und ich werde euch einheizen, das Böse in Person